Willkommen zu Tag 8 der Sei-Bestseller-Autorinnen-Challenge. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten. Du bist wahrscheinlich hier, weil du etwas mitnehmen möchtest, weil du etwas lernen möchtest. Ich tue mich tatsächlich schwer, das so zu sagen, dass ich jemand bin, der anderen was beibringt oder von dem andere was lernen können, besser gesagt. Dennoch ist es wahrscheinlich so. Das macht mich sehr glücklich, tatsächlich. Darum geht es aber nicht. Es geht darum, dass du dich weiterbilden möchtest, dass du etwas lernen möchtest. Und ich möchte dir sagen, dass das cool ist. Denn gerade in so etwas wie der Buchwelt, gerade wenn du auch in Richtung Self-Publishing gehen möchtest, also deine Bücher selber veröffentlichen willst, es ist unfassbar wichtig, finde ich, dass man von anderen lernt. Dass man sich erstmal einen Überblick verschafft, wie funktioniert denn das alles. Und es ist ja eine komplett neue Welt und es ist eine riesige Welt, wenn man diese ganzen Themenbereiche zusammenfasst. Es geht ja nicht nur ums Schreiben, es geht auch ums Marketing. Es geht darum, wie kommt ein Buch eigentlich auf den Markt. Es geht darum, wie ich mit anderen Menschen in der Buchwelt kommuniziere und all das Mögliche. Es ist ein riesengroßes Feld. Und das kann man sich nicht durch Trial and Error erschließen, denke ich. Also ich könnte das nicht. Ich bin nicht der Typ dazu, der... Also ich bin total der Trial and Error-Typ. Dennoch bin ich auch der Typ, der erstmal 300 Bücher liest, bevor er bestimmte Sachen macht. Und so war es auch bei mir. Also ich habe, bevor ich mein erstes Buch veröffentlicht habe, habe ich unfassbar viele Blogs und Bücher über das Buchmarketing und diese Sachen gelesen. Nicht so sehr über das Schreiben an sich, aber über das Ganze außen herum. Und ich habe mich wahnsinnig viel damit beschäftigt. Übrigens eine Liste der Bücher, die ich wahnsinnig wichtig finde, wenn man Self-Permittlerin sein möchte, findest du auf meiner Website. Den Link dazu in den Shownotes. Was ich dir aber an dieser Stelle mitgeben möchte, ist, dass etwas, was mich immer wieder überwältigt, ist die Masse an Büchern, die Masse an Blogs, an Podcasts, an allem Möglichen. Das ist so, so viel. Und ich für meinen Teil weiß heute noch nicht, wie ich anfangen soll. Obwohl ich ja schon längst angefangen habe, habe ich immer noch das Gefühl, ich habe jetzt ungefähr... Also so viel gibt es. Und ich habe irgendwo dahin so viel oder so wenig davon eher erschlossen. Und das ist so eine Sache, die man irgendwie verdauen muss, wo man mit sich klarkommen muss. Wo ich mir selbst eingestehen musste, hey, das ist okay. Ich muss nicht jedes Buch lesen. Ich muss nicht jeden Blogartikel kennen. Und ich darf auch einen Podcast nach der Hälfte abbrechen, wenn ich merke, hey, das ist nichts. Also was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, lies so viel, wie du kannst. Hör so viele Podcasts, wie du kannst. Mach Online-Kurse und alles Mögliche. Aber hab keine Angst davor, dass du nicht alles mitbekommst. Hab keine Angst davor, dass du was verpassen könntest. Und erwarte nicht von dir, dass du gleich von Anfang an irgendwie jedes Buch gelesen haben musst und alles verstehen musst. Sondern gestehe dir zu, dass du auch erst in drei Jahren vielleicht auf ein Buch triffst, was vielleicht heute cool wäre, wenn du es kennen würdest schon. Aber es ist halt einfach eine riesengroße Masse. Und wenn du dich stetig weiterbildest, dann wirst du stetig wachsen, dann wirst du stetig neue Dinge lernen. Und weniger Fehler machen stimmt nicht. Aber weniger vermeidbare Fehler machen vielleicht. Ja, es wird auf jeden Fall, also dass sich weiterbilden, ist in meinen Augen ein wahnsinnig wichtiger Teil vom Autorenensein, wie ich eingangs schon gesagt habe. Damit haben wir den Kreis geschlossen. Und ja. Was sagst du dazu? Welche coolen Bücher, Blogs, Podcasts kannst du empfehlen? Mach es gerne in den Kommentaren, wenn du das hier bei YouTube guckst. Ansonsten kommentiere gerne auf Instagram. Genau. Und jetzt schließe ich diesen Tag ab. Ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Mach es gut, dein Andrea.